Ich bin hier, um sie loszuwerden. Es gibt bereits Streit, Debit. Die Frage ist, zu wem hältst du? Eins hab ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Du bist ein Killer-Bucker! Nimm's, wie es ist! Was ist das? Was ist bloß los? Das war keine Kostprobe. Ich könnte einen Freund gebrauchen! Was ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... ...mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Mr. DeWitt? Ich glaube, es gibt Ärger. Da! Na also! Schnapp sie! Los! Lass ihn! Reiß alles ein. Reiß alles nieder! Vielen Dank.